Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, sehr gute Eminos zum Toppreis. Über den Geschmack lässt sich streiten. Die Sauerkirsche schmeckt mit viel Fantasie auch tatsächlich etwas nach Kirschen. Kann man trinken. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.